Dann ist ein herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zu Ihrem Spiel heute. Können Sie das so kurz nach dem Spiel schon fassen, was hier heute passiert ist? Noch nicht so richtig. Also ich bin, ich habe es jetzt glaube ich schon hundertmal gesagt, ich bin überglücklich. Ich bin einfach, ja, das ist ein schöner Tag heute, dass wir gewonnen haben und dass ich noch getroffen habe. Und ja, so richtig fassen kann ich es noch nicht. Ich habe ja noch gar keine Bilder gesehen. Ja, aber ich bin sehr froh. Haben Sie denn zumindest so ein bisschen im Kopf, was nach dem 2 zu 0 da mit Ihnen passiert ist, was Sie da gemacht haben? Können Sie sich überhaupt noch erinnern? Ja doch, klar. Also ich weiß, dass man fürs Trikots Team Gelb bekommt, aber in dem Moment war es mir eigentlich relativ Latte, weil ja, das waren so viele Emotionen auf einmal und da wollte ich einfach einfach feiern und die gelbe Karte nehme ich da gerne in Kauf und das waren einfach so zwei schöne Tore und ich bin einfach überglücklich.